Dean Harklund ist ein kanadischer Schauspieler. Größere Bekanntheit erreichte er durch die Darstellung des Richard Ringo Langley in der US-amerikanischen Serie Akte X die unheimlichen Fälle des FBI, Leben und Karriere. Dean Harklund ist der Sohn eines Statikers. Er ist der Erfinder des Chill Pack, ein externes Kühlprodukt für Laptops. Harklund tritt immer wieder in Fernsehserien auf und betätigt sich als Synchronsprecher. Unter anderem hatte er einen Gastauftritt in Bones die Knochenjägerin. Seine bekannteste Rolle ist die des Richard Langley in der Serie Akte X die er auch in dessen Spin-off Die einsamen Schützen verkörperte. Momentan präsentiert Harklund den Chill Pack Hollywood Hour Podcast, wo er zusammen mit dem Filmemacher Filmlernis über aktuelle Themen in Hollywood diskutiert. Zudem ist Harklund beiratet des CI-Fests, dem jährlichen Science-Fiction-Ein-Akt-Drama-Festival in Los Angeles. Filmografie Kino 1998 Akte X Der Film 2000 Tom Sawyer 2004 Specters TV 1992 1994 Der Polizeichef 1994 zu 2002 Akte X Die unheimlichen Fälle des FBI 1995 Sliders Das Tor in eine fremde Dimension 1998 1998 Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft 1998 zu 1999 Robocop Alpha-Kommando 1999 Hör mal, wer da hämmert 2001 Die einsamen Schützen 2010 Bones die Knochenjägerin Outro Mastro Jahrhundert Jahrhundert 2001 Jahrhundert